Come and fly away with me, come and fly away with me Die Seelenbegleiter wussten nicht genau, was sie jetzt von der Aussage halten sollten. Es war ja schön und gut, dass Liebe ihnen helfen würde, aber wo sollten sie die denn jetzt hernehmen? Einfach so kamen die ja auch nicht auf. Daidera freute sich ein wenig, denn er hoffte, so Shinji klar machen zu können, was er für ihn empfand, auch ohne, dass er zu viel sagen musste. Mit Worten hatte er es nämlich nicht so. Schließlich wusste er nicht, wie er diese Worte über die Lippen bringen sollte, auch wenn er wirklich in Shinji verliebt war. Er musste sich also genau überlegen, wie er Shinji das sagen sollte. Vielleicht hätten sie dann noch eine bessere Chance gegen diese Dämonen, aber da waren noch ein paar andere Probleme, die auf sie zukommen sollten. Was bedeutet das denn jetzt für uns? Ich meine, Liebe ist ja ganz schön, aber ich frage mich wirklich, wie wir da kämpfen sollen, murmelte Shien leise und kratzte sich an der Wange. Was kommt denn da sonst noch? Raphael lehnte sich ein wenig in dem Sessel zurück und schloss seine Augen. Ist doch ganz klar, dass Satan sauer ist, oder? Auf jeden Fall werden bald ein paar stärkere Dämonen bei euch auftauchen und wenn ihr die besiegt habt? Keine Ahnung, was sich Lucifer dann ausdenken wird. Er wird sich mit Sicherheit nicht einfach runterkriegen lassen. Irgendwas wird er sich schon überlegen, auch wenn ich mir noch nicht vorstellen kann, was. Aber sobald ich weiß, was los ist, werde ich euch natürlich davon in Kenntnis setzen. Langsam erhob sich der Engel und sah noch einmal zu den Seelenbegleitern. Ihr schafft das schon, da bin ich mir sicher. Und so verschwand er und ließ die anderen ziemlich ratlos zurück. Sie wussten nicht genau, was sie machen sollten oder wie sie mit der Situation jetzt am besten umgingen. Wie sollten sie die Dämonen denn jetzt finden? Oder würden die zu ihnen kommen? Im Grunde wussten sie ja nicht einmal mehr, wo oben und unten war. Matt war es, der dann aussprach, was alle dachten. Super, die lassen uns die ganze Arbeit machen und im Grunde haben alle keine Ahnung, was wir tun sollen. Die lassen uns einfach mit ein paar Informationen sitzen, aber keiner von uns weiß, was wirklich auf uns zukommt. Super Hilfe, würde ich mal sagen. Grummelte er und sah dann zu Sasori, der auf dem Sofa saß und die Füße auf den Tisch gelegt hatte. Sag du doch mal was dazu, Herzchen. Immer hältst du die Klappe. Aber du darfst ruhig mal deine Meinung sagen. Oder findest du das in Ordnung, was die hier mit uns abziehen? Der Akasuna seufzt ein wenig und fußig durch die Haare. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das mit dir klappen soll, aber... Den Rest des Satzes behielt Sasori für sich. Denn er war sich nicht sicher, ob er genug Liebe für diesen Jungen in sich tragen konnte. Dass Matt genug Liebe für die ganze Welt in sich trug, daran zweifelte er überhaupt nicht. Wahrscheinlich genug, um ihn allen das Leben zu retten. Aber ob er diese Liebe für sich gewinnen konnte? Und warum dachte er überhaupt über sowas nach? Sasori wusste nicht mehr, was er von sich selbst halten sollte und fuhr sich nur ein wenig durch die Haare. Zwar war Matt unglaublich neugierig, was Sasori hatte sagen wollen, aber er fragte nicht nach. Irgendwie spürte er einfach, dass Sasori von ihm... ...nicht die Wahrheit sagen würde. Vor den anderen wohl sowieso nicht, aber auch vor ihm nicht. Schinli wusste nicht, was er sagen sollte und am liebsten hätte er sich verkrümelt. Jetzt sollten sie auch noch gegen noch stärkere Dämonen kämpfen und das mit Liebe? Liebe. Davon hatte er in seinem Leben nicht sonderlich viel erfahren. Und er wusste schon gar nicht, wie er sowas weitergeben sollte. Wie sollten sie denn mit Liebe kämpfen? Wenn man sie spürte, sollte das schon reichen? Und was, wenn er überhaupt nicht wusste, wie sich sowas anfühlte? Oder noch schlimmer, wenn er überhaupt nicht in der Lage war, so etwas zu empfinden? Seufzend fuhr er sich durch die Haare und lehnte sich ein wenig an Daidera an. Der bekam prompt Herzklopfen und legte dann ein wenig schüchtern seinen Arm um Shinjis Schultern und drückte den Kleinen an sich. Er würde ihm schon so viel Liebe geben, wie er brauchte. Er musste es nur annehmen. Und Daidera hoffte sehr, dass er das auch irgendwann machen würde. Irgendwie musste er doch an Shinji rankommen können. Seine sehnsüchtigen Blicke blieben aber nicht unbemerkt. Naruto hatte die zwei irgendwie ein wenig beobachtet und legte den Kopf schief. Er war neugierig geworden und wollte wissen, was zwischen den beiden so lief und was nicht. Immerhin waren Daideras Blicke schon sehr aufschlussreich. Und Kamui folgte dem Blick des Kleinen neben ihm und schmunzelte. Auch ihm fiel es nicht sonderlich schwer herauszufinden, was in Daidera vor sich ging, denn für ihn und die anderen war er wie ein offenes Buch. Nur Shinji merkte nicht, was da los war. Das war aber wohl meistens so, dass die Betroffenen überhaupt keine Ahnung hatten, was da überhaupt vor sich ging. Und Shinji bemerkte auch nicht, wie gerne Daidera ihm näher gekommen wäre. Und er wollte auch mehr, als ihn einfach nur im Arm halten und brav kuscheln. Sie waren ja immerhin keine Teenager mehr. Auch Corrie hatte Daideras Blick bemerkt und musste ein wenig schmunzeln. Sie sah zu Kakashi, der neben ihr auf dem Boden saß und mittlerweile noch immer keinen Tropfen Alkohol angerührt hatte. Irgendwie war sie verdammt stolz auf ihn. Und ihr Herzchen klopfte ein wenig schneller, wenn sie daran dachte, wie er sich in ihrer Nähe benommen hatte. In der Zeit, in der er sie noch nicht hatte sehen können, hatte er sie wirklich nicht wahrgenommen und hatte nicht auf sie reagiert. Aber jetzt wurde sie wahrgenommen und endlich reagierte er auch auf sie und sie hätte sich nicht dem geringsten vorstellen können, dass er sich tatsächlich auf so etwas einlassen würde. Immerhin hatte sie schon immer versucht, ihn irgendwie vom Alkohol loszubekommen, aber da er sie nicht gesehen hatte, hatte er das wohl auch nicht wirklich wahrgenommen. Dafür nahm er das junge Mädchen neben sich aber jetzt wohl umso deutlicher wahr und wollte sie nicht enttäuschen. Kakashi ahnte, dass Corrie schon eine Menge gemacht hatte, um für ihn da zu sein und um sich um ihn zu kümmern, aber er hatte das wohl einfach nicht bemerkt. Und wenn er jetzt so darüber nachdachte, dann tat ihm das leid. Er hatte doch nie jemandem wehtun wollen, schon gar nicht zu einem hübschen Mädchen wie ihr. Sie war so lieb und opferte sich für ihn auf und was hatte er bisher für sie gemacht? So gut wie gar nichts. Diese Tatsache frustrierte ihn und er wollte unbedingt auch etwas für sie tun und für sie da sein, egal wie. Irgendwas würde ihm da schon einfallen. Und wenn das mit dem Alkohol erst einmal ein Anfang war. Naruto beschäftigte sich mit dem neuen Hausbewohner und zwar mit Streuner. Dabei fragte er sich aber immer wieder, was es wohl bedeutete, dass sie mit Liebe kämpfen sollten. Ob sie für ihre Seelenbegleiter jetzt sowas wie Liebe empfinden sollten, damit sie überhaupt gewinnen könnten? Oder hieß das, Kamui vielleicht für ihn mehr empfand? Nein, das wahrscheinlich nicht. Denn so eine kleine Niete wie ihn konnte man doch überhaupt nicht lieben, oder? Schüchtern sah Naruto über die Schulter zu Kamui, der auf dem Sofa saß und sich mit Pain unterhielt. Ein wenig musterte Naruto seinen Seelenbegleiter und er legte den Kopf schief. Irgendwie war er schon ein attraktiver junger Mann. Und Naruto fragte sich, warum jemand wie er so früh hätte sterben müssen. Was war da passiert? Bis jetzt hatte er immer nur sein eigenes Leben als qualvoll angesehen, aber wenn er Kamui so beobachtete und auch die anderen Seelenbegleiter, dann wurde ihm klar, dass er damit nicht alleine war. Auch sie hatten mit Sicherheit kein leichtes Leben gehabt, denn sonst würden sie jetzt wohl nicht hier sitzen. Naruto nahm sich fest vor, Kamui zu fragen, wie er gestorben war. Und er hoffte sehr, dass sein Seelenbegleiter auch mit ihm sprach. Nicht, dass er nachher noch so ein verschwiegener Kerl sein würde. Blinzeln sah Naruto dann aber zu Streuner, der ihm frech über die Wange leckte und der Blonde musste leise lachen. Er liebte Hunde und sah erst wieder auf, als sich Shien zu ihm setzte und Streuner ebenfalls streichelte. Du magst Hunde, kann das sein? flüsterte er leise und Naruto sah zu dem jungen Mann neben sich. Er versuchte gerade, ihn ein wenig zu analysieren, aber das wurde nicht wirklich was. Shien war viel zu schüchtern und anscheinend auch voller Selbstzweifel, so wie er selbst. Und irgendwie bekam Naruto mit einem Mal das unglaubliche Gefühl, Shien einfach in den Arm nehmen zu wollen. Und das machte er dann auch einfach. Schnell schlang Naruto seine Arme um Shien und drückte ihn an sich. Der blinzelte ein wenig perplex und kratzte sich an der Wange. Er wusste nicht wirklich, was er davon halten sollte und er war sich auch nicht sicher, ob er Naruto jetzt ebenfalls umarmen sollte. Aber dann tat Shien es doch und er schlang seine Arme um den Blonden und drückte ihn ein wenig an sich. Naruto lächelte glücklich und schmuste sich an Shien, denn irgendwie hatte er das Gefühl, in ihm so etwas wie einen Seelenverwandten gefunden zu haben. Und aus dem Grund nutzte Naruto es auch aus, ein wenig mit ihm kuscheln zu können und drückte Shien ein wenig mehr an sich. Der war zwar etwas hilflos, aber hielt das Ganze doch irgendwie aus. Es fühlte sich ja auch schön an, wenn er bei Naruto in den Armen lag, aber es gab da ein paar schönere Arme, in denen er lieber gelegen hätte. Und diese Arme gehörten Payne, der neben Kamui saß und das Gefühl hatte, gerade mächtig auf der Leitung zu stehen. Er stupste den Seelenbegleiter neben sich an und zog eine Augenbraue hoch. Sag mal, siehst du auch das, was ich gerade sehe? Das kann ja wohl nicht sein, oder? Kamui spürte einen Stich in der Herzgegend, aber er zuckte nur etwas mit den Schultern. Wenn die beiden sich wohlfühlen, nuschelte er leise und wollte nicht wahrnehmen, wie schwer es ihm wirklich ums Herz geworden war. Er wollte nämlich Naruto in seinen Armen sehen und nicht in denen von Shien. Aber wenn Naruto sich dort wohler fühlte, was sollte er dann machen? Er konnte ihn ja nicht zu seinem Glück zwingen, auch wenn er das gerne getan hätte. Bedrückt starrte er auf den Boden und versuchte nicht, immer mal wieder zu Naruto und Shien zu sehen, was ihm aber verdammt schwer fiel, mehr als er sich vorgestellt hätte. Schließlich wanderte sein Blick doch immer zu dem schmusenden Pärchen zurück und am liebsten wäre er einfach dazwischen gegangen. Pärchen ging es dann nicht sehr viel anders, und als wollte er Shien ebenfalls wehtun, legte er seinen Arm um Kamui herum und drückte ihn an sich. Perplex sah dieser zu ihm hoch und knurrte leise. Was soll das denn werden? Nuschelte er leise und wollte wirklich nicht so genau wissen, was in dem Kerl vor sich ging. Pärchen seufzte ein wenig und lehnte sich mit dem Kopf an den von Kamui. Also es ist so, ich mag Shien wirklich gerne, und ich würde ihn gern selbst im Arm halten, aber anscheinend findet er deinen Naruto besser als mich. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Wie Pain Kamui damit aus der Seele sprach, konnte er ja nicht ahnen. Aus genau dem Grund sinkte Kamui nur seinen Blick und lehnte sich erschöpft an Pain, denn er wusste nicht genau, wie er mit der Situation umgehen sollte. Es tat ihm weh, Naruto so zu sehen, aber was Shien und Naruto wirklich miteinander verband, konnten die beiden ja überhaupt nicht ahnen. Daedara versuchte noch immer ein wenig mehr an Shinji heranzukommen, aber da kam er nicht sonderlich weit. Immerhin war da auch noch Matt, und er wollte mit aller Macht kuscheln. Und da Sasori sich querstellte und gerade nicht kuscheln wollte, hatte er sich Shinji geschnappt. Also waren da noch ein paar mehr Leute eifersüchtig. Gut, Sasori war nicht sonderlich stark eifersüchtig, aber ein bisschen genervt. Daedara dagegen platzte beinahe vor Eifersucht. Am liebsten hätte er Matt einfach aus Shinjis Armen gerissen und ihn dann in seine eigenen Arme gezerrt. Aber er konnte sich noch gerade so zurückhalten. Stattdessen schmiegte er sich ein wenig an Sasori, der ihn skeptisch ansah. Hey Blondi, was soll denn das jetzt schon wieder werden? Nuschelte der Akasuna leise. Ich hab zwar schon mal mit dir gekuschelt, aber da war ich besoffen. Außerdem glaube ich, dass du lieber mit jemand ganz anderem kuscheln würdest. Was hängst du also an meinem Arm und nicht an seinem, hä? Daedara schmollte und verschränkte die Arme vor der Brust, aber er lehnte sich trotzdessen immer noch an Sasori heran. Stell dich mal nicht so an, klar. Ihre Kuschelaktion blieb natürlich nicht unbemerkt und auch Matt sariss es beinahe das Herz. Diesmal blieb Shinji dafür beinahe ruhig, denn irgendwie hatte er sich damit abgefunden, dass Daedara ihn nicht liebte, sondern scheinbar diesen Typen neben sich. Aus dem Grund seufzte er nur leise und ließ sich wieder nach hinten auf den Boden fallen. Wie soll das nur werden, flüsterte er leise und sah dann zu Sasori. Was wird außerdem, wenn wir den Kampf verlieren? Was wird aus uns, wenn wir die Liebe nicht empfinden können, die wir fühlen müssten, um diese Dämonen zu besiegen? Was passiert, wenn wir sie nicht besiegen können? Was wird denn aus uns und was wird aus den Menschen, wenn wir es nicht schaffen? Matt schluckte ein wenig und sah zu Sasori. An seinem Blick bemerkte er, dass auch der sich nicht sonderlich wohlfühlte mit Daedara im Arm, aber die Frage, was aus ihnen werden sollte, stellte sich auch ihm.